Grüße euch, Paraguay Live. Ich bin dir Pitt und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. So, ich sollte zwar nicht so viel reden, aber wir haben sehr viele Anfragen gehabt bezüglich der Immobilien. Also das ist das Thema, worüber wir auch heute sprechen werden. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Ich schätze auch für alle von euch. Also wie gesagt, die Einwanderung bzw. Einwanderungshelfer, dann die Autos, braucht jeder. Und letztendlich auch die Immobilien, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Und deshalb auch die Videos werden folgen und ich mache mehr Videos über hiesige Immobilien in Paraguay. Also bleibt auf jeden Fall dran, okay? Bis zum nächsten Mal. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall mit den Immobilien, wo ich nur kurze Zusammenfassung machen werde, beziehungsweise gar nicht mal spreche, sondern im Prinzip nur die Fakten durchgebe über Immobilien. Falls ihr Fragen habt, wie immer, bitte unten in den Kommentaren bezüglich der jeweiligen Immobilien. Falls ihr aber was Spezielles sucht, bitte anschreiben oder anrufen und sicherlich, wir haben unsere Kontakte, wir haben unser Team, wo wir zusammen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten schon zusammenarbeiten und das ist die Sicherheit für euch, okay? Also bleibt dran und wie gesagt, abonniere den Kanal, falls ihr noch nicht gehabt habt, likes nach oben, wie immer, teile das Video, das ist wichtig. Falls euch das nicht so ganz interessiert, teile an andere, andere suchen sicherlich neue, korrekte und aktuelle Informationen, immer von Paraguay Live. Also, vielen Dank für eure Fragen und bis zum nächsten Video, macht's gut und wie immer, auf der linken Seite natürlich die Kontaktdaten als auch interessante Videos zum Thema, in diesem Fall, Immobilien, okay? Also macht's gut und eure Fragen bitte nicht vergessen, die sind nämlich wichtig für weitere Videos. In diesem Sinne, bei dem schönen Wetter aus Paraguay, herzliche Grüße.